Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mich zuerst vorstellen. Mein Name ist Martin Runge. Ich bin Facharzt für physikalische Therapie und Rehabilitation und Altersmediziner. Ich habe das Bewegungsprogramm Fünf Esslinge entwickelt, ein Programm, das man ohne besondere Geräte, ohne besondere Kleidung jederzeit zu Hause und draußen durchführen kann. Und heute möchte ich Ihnen einen wichtigen Baustein jedes Trainingsprogramms vorstellen. Ein Muskeltest. Dieser Test heißt 30 Sekunden Aufstehtest und ist weltweit verbreitet, um den Fitnessstatus zu beurteilen. Den Test können Sie jederzeit zu Hause ausüben oder auf irgendeiner Bank. Er besteht darin, in 30 Sekunden so oft wie möglich von einem Stuhl üblicher Höhe aufzustehen. Und die Zahl, die Sie dann erreichen, wie oft Sie aufstehen, die ist die Maßzahl für Ihre muskuläre Fitness, für Kraft und Geschwindigkeit, also genau gesprochen für Muskelleistung. Ich mache Ihnen das einmal vor. Wichtig ist, dass Sie ganz hinsetzen und ganz aufstehen, also bis zur Streckung. Ich werde es nicht 30 Sekunden vorführen, dann bin ich atemlos und kann nicht mehr weiterreden. Also Sie nehmen eine Uhr oder lassen sich von irgendeinem Helfer die 30 Sekunden anzeigen und dann so oft wie möglich in 30 Sekunden ganz aufstehen. Okay, ich schaue auf meine Uhr hier und ich starte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und so weiter. 30 Sekunden lang. Es gibt Normwerte, die können Sie im Internet nachschauen. Die Wissenschaftssprache ist Englisch, deshalb müssen Sie sich da ein bisschen Ihr Schulenglisch rauskramen oder Ihre Englischkenntnisse. 30 Sekunden Chair Stand heißt dieser Test und ist vom CDC Center for Disease Control veröffentlicht und wird auf der ganzen Welt ausgeübt. Als Beispiel, ich mit meinen 70 Jahren als Mann müsste häufiger als zwölfmal in 30 Sekunden aufstehen. Wäre ich 90, müsste ich nur mindestens siebenmal aufstehen. Das sind jetzt die unteren Grenzen. Ein 60-Jähriger müsste mindestens 14 mal aufstehen und für Frauen sind diese Werte nur gering drunter. Sie sind an der unteren Körperhälfte nicht viel schwächer als Männer. Eine 60-jährige Frau müsste mindestens zwölfmal aufstehen, eine 70-jährige Frau mindestens zehnmal. Und mit dieser einen Maßzahl haben Sie eine ungefähre Einschätzung Ihrer körperlichen Fitness. Und das ist eine Basis, um dann Ihr Übungsprogramm zu kontrollieren. Sie sollten dann im Laufe von einigen Wochen schon besser werden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Testen und dann natürlich beim Üben.